Willkommen bei einem kleinen Infovideo zu unserem Kanal. Wir haben uns entschlossen einen neuen Twitch-Kanal zu erstellen, da er der alte noch auf der Play lief. Deswegen habe ich jetzt einen neuen erstellt. Wie ihr seht, habt ihr mir auch jetzt das Banner und so ein paar Kleidigkeiten. Der Link, seht ihr hier oben, ist auch in der Videobeschreibung und auf der Kanalbeschreibung verlinkt. Der Kanal ist jetzt dafür da, dass wir unsere Live-Ed-Events, wo jeden Sonntag stattfinden, mit WarRip um 19.30 Uhr zu übertragen. Und wenn ich mal Lust habe, kann ich auch LOL oder Star Citizen streamen. Bei PlanetSide ist der Sonntag dann immer. Das seht ihr ja dann. Und ja, das ist eigentlich das, was ich euch kurz noch zeigen wollte.